3Sat lädt einmal im Jahr ein, einen Zuschauerpreis zu vergeben und zeigt sehr viele Filme, die den Zuschauern angeboten werden, um sie zu bewerten. Heute, finde ich, läuft ein besonders guter Film, Männertreu heißt er. In der Hauptrolle ist Matthias Brandt zu sehen. Es geht darum, wie ein etwas Casanova-artiger Verleger Ambitionen hat, auf einmal Bundespräsident zu werden. Und es tun sich natürlich Abgründe auf, auch moralische Abgründe in seinem Lebenswandel und, und, und. Ähnlichkeiten, Punkt, 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 nicht unbeabsichtigt, sagt die Drehbuchautorin Thea Dorn. Und sie hat sich inspirieren lassen von der Geschichte vom ehemaligen IWF-Chef Dominic Strauss-Kahn, der ja französischer Staatspräsident werden wollte und über eine Sexaffäre sozusagen dann gestürzt ist. Ein sehr nachdenklicher Film, wie ich finde, brillante Mitstreiter hat Matthias Brandt. Susanne von Borjo, die spielt die Ehefrau. Claudia Michelsen spielt eine Journalistin, die ihm auf den Fersen ist, aber vielleicht auch mehr von ihm will. Also eine schwierige Gemengelage. Und nicht umsonst ist dieser Film schon mit einigen Filmpreisen ausgezeichnet worden. Also heute auf Dreisat, 20.15 Uhr, ein weiteres Angebot im Dreisat-Zuschauerpreis Männertreu mit Matthias Brandt.